Willkommen zu dieser Videoserie zu Rich Dad Poor Dad, was die Reichen ihren Kindern über Geld beibringen. Um was geht es in dieser Videoserie? Du wirst lernen, was dir die Schule nicht beibringt und wie sie dich auf ein finanzielles Hamsterrad während deiner Kindheit und Jugend vorbereitet, aber wie du dem entkommen kannst. Dann wirst du lernen, was wahre Vermögenswerte sind, die dich langfristig reich machen werden. Du wirst lernen, wie du Geld für dich schaffen lässt, damit es noch mehr Geld generiert. Und ganz viele Praxistipps, die du direkt umsetzen kannst für deinen finanziellen Erfolg. Viel Vergnügen! Viel Vergnügen!